Fangen wir mit meiner Lieblingsfrage an, wie heißen Sie in dieser Position? Kononius Traupe, ich bin Pressesprecher von Landschaftsverbindung hier für die Region Elbe-Weser-Dreieck. Was findet denn heute statt? Wir machen uns heute auf den Weg nach Berlin zur Demo, die dort angemeldet ist, morgen am Montag am Brandenburger Tor. Es geht einmal um diese Rückvergütung und um die Kfz-Steuer, die jetzt für landwirtschaftliche Fahrzeuge auch erhoben werden soll. Das ist ein massiver Einschnitt für die deutsche Landwirtschaft und ein sehr, sehr großer Wettbewerbsnachteil für uns im EU-Raum. Und deswegen müssen wir uns da mal eben noch Luft machen, bevor die Sache beschlossen ist. Können Sie mir noch mal ein bisschen mehr zu Berlin erzählen? Wer trifft sich dort? Wer kommt dort zusammen? Wie viele Menschen werden erwartet? Also morgen in Berlin sind angemeldet mittlerweile über 1000 Traktoren und zig, hunderte Reisebusse aus dem ganzen Bundesgebiet. Der Deutsche Bauernverband hat zu dieser Demo aufgerufen. Ja, genau. Und der werden wir teilhaben wollen. Wer trifft sich jetzt aktuell hier? Also hier sind wir jetzt aktuell mit knapp 40 Traktoren aus der Region rund um Bremen. Ich sage mal einfach circa geschlagen, circa 30 Kilometer. Ja, 40 motivierte Landwirte, die jetzt mit uns hier gemeinsam die 400 Kilometer bis Berlin abreißen wollen, damit wir dann morgen früh voller Tagendrang dort am Brandenburger Tor stehen können. Schreiben Sie mal ein bisschen was zur Reise mit dem Traktor nach Berlin. Das ist ja schon eine ganz schöne Strecke. Also mit dem Traktor nach Berlin ist tatsächlich ja für viele von uns schon Routine geworden. Es ist ja oft der Hauptkundgebungsort für große Demos, die auch was bewegen sollen. Wir fahren jetzt hier, wie gesagt, in Ottersberg los. Unsere Reise wird dann über Launburg führen. Also in Launburg fahren wir über die Elbe, dann die B5 runter. Unterwegs schließen sich noch circa fünf bis zehn Traktoren an. Wir sind per WhatsApp alle vernetzt und fahren dann quasi gemeinschaftlich dorthin. Unterwegs sieht man oft, dass die Bevölkerung zu großen Teilen auch hinter uns steht. Wir haben alle Banner vorne dran, die in der Botschaft überbringen und damit auch alle wissen, was unser Ziel und unsere Mission ist. Also man kann so ein bisschen das Land auch mitnehmen und hoffentlich haben wir dann auch viele Leute, die uns verstehen und unsere Sorgen und Nöte und auch Ängste vor allem so ein bisschen nachvollziehen können. Man könnte ja auch mit dem Reisebus fahren. Warum ist das euch so wichtig, mit dem Traktor da drauf zu schlagen? Genau, also mit dem Reisebus fahren ja tatsächlich auch viele, aber wir fahren mit dem Traktor, weil es natürlich auch ein Zeichen ist. Mit dem Traktor wirst du gesehen, die Leute wissen, es sind die Landwirte. Das ist eben auch unser Markenzeichen, sage ich mal ganz salopp. Also für uns ist es eben wichtig, dass wir jetzt über die ganze Fläche, wo wir unterwegs sind, eben eine Botschaft überbringen. Und wenn wir mit dem Reisebus fahren, ist das auch gut für die Leute, die abends wieder zu Hause sein müssen und für die, die den Betrieb auch zwei Tage verlassen können. Die sollen natürlich auch über das Land verstreut eine Botschaft überbringen. Wogegen wird konkret demonstriert? Es wird nicht gegen irgendwas demonstriert, sondern es wird für was demonstriert. Und zwar einmal sind wir dafür, dass diese Rückvergütung für uns erhalten bleibt und eben auch die Kfz-Steuererlassung, die wir haben, das ist uns eben ganz wichtig. Im EU-Raum gibt es Länder, die zahlen gar keine Steuern auf den Diesel, also die Landwirte. Ebenso gibt es dort keine Kfz-Steuer. Die Kfz-Steuer ist historisch bei uns rausgenommen worden, weil 80 Prozent, 90 Prozent der Zeit verbringen die Traktoren nicht auf der Straße, sondern auf den Flächen der Landwirte. Und deswegen wurde das mal gestrichen, weil man eben gesagt hat, okay, die nutzen die Straßen gar nicht so viel. Ebenso sieht diese Rückvergütung ein Punkt, der für uns dann ein Wettbewerbsnachteil ist. Wenn wir sie nicht mehr kriegen, das sind 25 Cent circa pro Liter Diesel, die uns gestrichen werden. Und man muss eben ganz klar sagen, im EU-Raum, hatte ich eben schon erwähnt, fahren welche mit Heizöl und auch mit unversteuerten Diesel. Und das ist ein Wettbewerbsnachteil, den wir haben. Und das kann einfach nicht funktionieren, wenn wir hochqualitativ Super-Lebensmittel, wie wir es ja tun, produzieren wollen. Also es war selten so viel Unruhe in unseren WhatsApp-Gruppen. Organisiert sind wir seit 2019 in diversen WhatsApp-Gruppen. Und da ist dann irgendwann auch ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und man merkte, es wurde plötzlich ein Pulverfass aufgemacht. Es war Unruhe. Die Verbände haben aufgerufen, übergreifend, egal ob es der LSV war, der Deutsche Bauernverband oder auch von Land, Jugend und, und, und. Also alle, die der Landwirtschaft nahestehen oder Berufsvertretungen sind, haben massiv getrommelt und haben gesagt, das können wir uns jetzt nicht mehr gefallen lassen. Wir Landwirte sollen von diesem Sparpaket, also wir sind 1% der Bevölkerung und sollen 10% dieses Sparpaketes tragen. Und das ist einfach ein Übergewicht, was nicht passt. Also da ist richtig Feuer im Moment drin. Die Berufskollegen stehen alle ziemlich auf Feuer und sagen, so geht es nicht. Und deswegen stehen wir heute hier.